Letzte Woche war wieder eine richtig, richtig gute Woche, eine sehr schießreiche Woche. Wir hatten am Samstag unsere Vereinsmeisterschaft, eine Mischung in der Kurzwaffe mit Dienstpistole 1 BDMP und PP3 BDMP und ich bin Dritter geworden. Zweite Jahr in Folge, dass ich aufs Treppchen gekommen bin, finde ich geil. Sonntag ging es dann zum KK Long Range Training in die WSG nach Wiesbaden, wo ich auch den Barrel Tuner eingeschossen habe. Ihr erinnert euch, ich hatte euch ja den Barrel Tuner aus dem Hause Metallbau Leffler kurz vorgestellt vor kurzem und es gab ein bisschen hin und her, weil der Adapter, da gab es so leichte Irritationen, was das Gewinde betrifft. Also seid euch bitte 100% sicher, wenn ihr so einen Barrel Tuner oder Mündungsbremse etc. bestellt, dass ihr immer nach dem richtigen Gewinde geht. Hier für die Savage Mark II kann ich euch sagen, wir sind bei einem, bei 1,5x20 war es glaube ich, UNF Gewinde und wir haben einen 21mm Lauf, also die Hülse, der Adapter für den Barrel Tuner muss dementsprechend produziert werden. War aber kein Problem, der Herr Leffler war super, super zuvorkommend und hat mir da nochmal einen neuen Adapter bestellt. Ich glaube, wir sind da ein bisschen auf den Leim gegangen wegen anderen Savage Modellen, die wahrscheinlich ein halbmal 28 oder halbmal 24 haben etc. Und deswegen gab es da so ein bisschen Irritation. Lange Rede, wenig Sinn. Ich bin also letzte Woche beim Long Range Rimfire Training hingegangen und habe dann den Barrel Tuner auf 100 Meter schon mal so weit eingeschossen. Ich sage jetzt so weit, weil ich habe es erstmal so eingeschossen, dass ich damit morgen auf den Wettkampf Long Range Rimfire gehen kann. Und ich mir relativ sicher sein kann, ein bisschen Skepsis gibt es aber immer, dass ich auf jeden Fall die Scheiben treffe, wie auch die Stahlziele auf 200 und 300 Meter. Wie bin ich denn jetzt vorgegangen beim Einschießen? Nun, ich bin relativ konventionell vorgegangen. Wir wissen in etwa, dass wir so meistens zwischen zwei bis drei Umdrehungen des Barrel Tuners benötigen. In meinem Fall, ich habe mir eine Markierung gesetzt auf den Barrel Tuner oben, auf das Gewicht, wie auch unten auf die Hülse, wo ich die Nullstellung habe. Und ich bin jetzt so ganz knapp über zwei Umdrehungen. Das heißt, ich habe zehn Schuss gemacht. Ihr seht es jetzt hier in dem Overlay, die Scheibe, die ich zum Einschießen verwendet habe. Ich hatte zwei. Oben links war, sage ich mal, einfach nur so ein reines Warmschießen, ein bisschen Schmierung in den Lauf reinkriegen in Form von geschmolzenem Blei und sonstiges. Und dann bin ich an die Grüppchen gegangen. Wir sehen, dass beim Einschießen ist die Gruppe ein bisschen weit auseinandergezogen. Das ist diese BDS-Scheibe zwei oder sechs ist es, glaube ich, mit den sechs Spiegeln drauf. Und ihr seht, die sind dort, wie gesagt, leicht auseinandergezogen. Und dann bin ich dann irgendwann mal, ich glaube, so nach 20 Schuss Warmschießen, bin ich dann übergegangen und habe dann so mein erstes konzentriertes Grüppchen oben in die Mitte reingelegt. Dort seht ihr, ist ein bisschen rechtslastig und wir haben eine schöne, ja, Dreischussgruppe direkt an der Neun und dann zwei Sechser geschossen. Nicht ganz so toll. Also habe ich mal eine Umdrehung gemacht und dann war ich rechtslastig, hatte eigentlich eine sehr schöne Gruppe. Und dann unten diese vier, die eigentlich nicht wirklich nachvollziehbar ist. Unten links sehen wir, habe ich dann das Glas ein bisschen nach links korrigiert und dann waren wir soweit eigentlich mittig gewesen. Das Grüppchen, ja, geht bestimmt noch enger. Unten Mitte hat mich richtig geärgert und mehr als verwirrt. Und zweimal direkt in die Innenzehen. Ja, und dann drei Schuss rüber in die fünf. Strange. Echt strange. Da muss ich als Schütze, der größte Fehler ist, letzten Endes echt scheiße gebaut haben. So, und dann haben wir nochmal eine Umdrehung gemacht. Und dann sehen wir, sind wir richtig, richtig weit auseinandergegangen. Dann habe ich nochmal ein bisschen nachgedreht. Ich bin jetzt ganz knapp über zwei Umdrehungen. Und dann sehen wir, dass die Gruppen, die ich jetzt auf 100 Meter geschossen habe, die linke obere und die rechte obere, habe ich dann nochmal zur Bestätigung, die in der Mitte ist in etwa auch so bis auf der Achtertreffer. Aber ich sage, ich bin in einem Bereich, wo ich jetzt morgen einigermaßen beruhigt auf den Wettkampf gehen kann. Das heißt, der Barrel-Tuner für 100 Meter ist soweit erstmal eingeschossen. So, dann, wie gesagt, es war eine sehr schießreiche Woche, war ich im Reservistentraining auf der 50 Meter Bahn. Und dort hatte ich mir gedacht, okay, ich gehe jetzt nochmal weiter auf die 50 Meter und versuche den Barrel-Tuner jetzt 50 Meter weiter einzustellen. Also Schraubenzieher bereitgelegt etc. Habe mich auf die Pritsche geschmissen, habe dann angefangen auf 50 Meter zu schießen und habe nicht eine weitere Einstellung am Barrel-Tuner vorgenommen. Ihr seht hier ebenfalls im Overlay inklusive Schießsequenzen, dass ich oben links in die vier, das war jetzt die ZG5-Scheibe des BDMP, die ich verwendet habe, dass selbst die Warm-Up-Shots oben links in die unteren beiden Spiegel einwandfrei sind. Da kann man echt nichts sagen. Und dann die Spiegelchen 1-5 ebenfalls. Ich habe dann in Summe an dem Abend 150 Schuss gemacht, immer 5 Schussgruppen je einzelnen Spiegel. Ich blende sie euch ein, nehme ein bisschen Schießen dazu. Und ihr seht, die Gruppen sind eigentlich soweit immer vergleichbar. Sie sind manchmal ein bisschen auseinandergezogen, natürlich ist irgendwo mal bei 150 Schuss die Konzentration durch. Aber ich sage ganz ehrlich, ich kann mit der Gruppe jetzt erstmal leben. Vielleicht werde ich nochmal ein ganz klein wenig nachtingeln, ein bisschen nachkorrigieren, wenn ich einfach mal ein bisschen Ruhe habe. Und wenn ich einfach mal auch innerlich die Ruhe dafür habe, um einfach mal das absolute Optimum herauszugeben. Vielleicht muss ich auch hingehen und muss gegebenenfalls eine andere Munitionssorte nehmen. Die SK Long Range ist gut, best bang for the buck, bei unter 10 Euro die Schachtel. Sie ist Long Range fähig, deswegen auch SK Long Range Match. Aber man merkt halt auch, dass sehr, sehr häufig immer ein Ausreißer dabei ist, der irgendwie ins Nirvana fliegt. Es ist total seltsam und ihr seht das auch auf der BDMP-Scheibe bei Spiegel 13, blende ich euch hier nochmal ein, da habe ich echt eine super saubere Gruppe hingelegt. Das waren zwei, echt drei Schuss, quasi fast Ring an Ring. Einer ist ein ganz klein wenig nach links und dann ist der andere super tief gegangen zwischen 17 und 18 Oberkante. Das soll mir mal einer erklären, ich blende es euch hier ein. Also wie gesagt, so ab und an einmal hat man den Eindruck und das sieht man auch, wenn man sich die Scheibe mal anguckt, da ist nahezu überall immer ein Ausreißer dabei. Und das haben andere komischerweise auch ganz, ganz seltsam. Aber der Barrel Tuner, eine geile Geschichte. Er scheint wirklich seinen Job richtig, richtig gut zu machen. Wir werden sehen, wie es morgen auf dem Long Range Room Fire Cup läuft. Da wird es dann auch nochmal ein Video danach geben. In diesem Sinn, stay tuned.